Hey Leute, der Pexway ist mal wieder hier und heute öffne ich für euch ein Silber Premium Z für 3750 Münzen. Kaufe ich das jetzt mal und mal schauen ob was gescheites drin ist. Nichts seltenes, außer den Vertrag und die 2 Heilungen und da haben wir Jansen, Di Matteo und Turtado. 2 Silberverträge, 1 Bronzevertrag, 2 mal die Heilungen, 1 mal plus 10 Kopfball und 3 Trikots. Das wars mal wieder von mir und abonnieren und liken nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Ciao.